Was ist das Yoga-Dreieck? Hallo und herzlich willkommen zu einem Vortrag aus der Reihe Fragen zum Yoga. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de und die heutige Frage lautet, was ist das Yoga-Dreieck? Das Yoga-Dreieck auf Sanskrit ist Trikonasana. Tri heißt drei, Kona heißt Eck, Asana heißt Stellung. Das Yoga-Dreieck ist also eine Asana, eine Stellung, die ähnlich aussieht wie ein Dreieck. Die drei Ecken bestehen aus den beiden Füßen. Die Füßen sind gegrätscht, typischerweise 1 Meter bis 1,20 Meter weit auseinander. Dann hebt man zum Beispiel den rechten Arm hoch und bewegt sich dann nach links und fasst mit der linken Hand zum linken Knöchel, Knie oder linke Wade und dann ergibt sich ein Dreieck aus den beiden Füßen und der anderen Hand. Das sind also die drei Ecken und deshalb Dreieck. Was ist das Yoga-Dreieck? Das Yoga-Dreieck ist die letzte der zwölf Yoga-Grundstellungen. In der Yoga-Vidya, im Yoga-Vidya-Stil, gibt es eine Grundreihe, die besteht aus zwölf Asanas, zwölf Yoga-Stellungen und die letzte dieser zwölf Stellungen ist das Yoga-Dreieck. Die zwölf Stellungen sind Kopfstand, Schulterstand, Flug, Fisch, Vorwärtsbeuge, Kobra, Heuschrecke, Bogen, Drehsitz, Pfau, stehende Vorwärtsbeuge und Yoga-Dreieck. Also Yoga-Dreieck, die zwölfte Stellung. Nach dem Yoga-Dreieck kommt man eben in die Tiefenentspannung. Was ist also das Yoga-Dreieck, die letzte der Asanas, der Yoga-Vidya-Grundreihe, die Übung, die man macht vor der Tiefenentspannung? Was ist das Yoga-Dreieck? Eine wunderbare Übung zur Dehnung der Seiten des Körpers. Wenn du dich zum Beispiel nach rechts beugst, dann führt das dazu, dass die linke Seite gedehnt wird. Und wenn du dich an die andere Seite beugst, dann wird natürlich die entgegengesetzte Seite gedehnt. Und diese Dehnung der Seite ist auch sehr wichtig. Sie ist wichtig für die Flexibilität der Wirbelsäule, sie ist wichtig für die Flexibilität der Rippen und ist auch wichtig für gesunde Hüftgelenken und auch gut für die Bauchorgane. Was ist das Yoga-Dreieck? Eine weitere Übung, um die feinstoffliche Wirbelsäule zu aktivieren, was sowohl heißt, gut für den Rückenmarkskanal, aber eben auch gut für die sieben Chakras. Was ist das Yoga-Dreieck? Eine Übung, die etwas meditativer ist, insbesondere in der Grundstellung. Sie ist eine Übung, um auch Ida und Pingala, die Energiekanäle links und rechts des Körpers zu harmonisieren, die natürlich stehen für Sonnen- und Mondenergie. Es ist also eine Übung für Gleichgewicht und Ruhe. Deshalb übt man ja das Yoga-Dreieck als letzte der Asanas vor der Tiefenentspannung. Wenn du das Yoga-Dreieck direkt vor der Tiefenentspannung übst, dann bist du sehr ruhig und die Tiefenentspannung kann tiefer werden. Was ist das Yoga-Dreieck? Auch eine wunderbare Übung für zwischendurch. Am Tag kannst du auch ab und zu mal das Yoga-Dreieck üben, auch einfach mal so zwischendurch. Das ist eine schöne Übung, um dich zu aktivieren, zu harmonisieren, den Körper gut zu dehnen, dein Rücken dankt es dir und die Klarheit des Geistes. Ja, wenn du willst, magst du es ja gleich machen. Gib einfach die Beine etwas auseinander, gib die Arme neben den Körper, einatmen, rechten Arm heben und ausatmen, nach links gehen. Halte so ein paar Atemzüge lang. Man kann es zwischendurch auch zügiger machen. Einatmen, wieder Arm heben, ausatmen, senken und einatmen, den anderen Arm heben und ausatmen, nach rechts. Atme ein paar Mal tief ein und aus und spüre die Dehnung an der Seite. Dann einatmen, den Arm wieder heben und ausatmen, senken, atme ein paar Mal dazwischen. Ja, alles Gute, bis zum nächsten Mal.